Sehr schön haben Sie es hier, Frau Reklarn. Wirklich reizend. Ach, bitte. Nennen Sie mich doch einfach nur Heike. Heike, sehr schöner Name. Ich bin der Joachim. Ach, das weiß ich doch. Joachim. Erzähl mal, was machst du so, wenn du nicht gerade in der Schule bist? Naja, Klausuren kontrollieren. Und sie? Ich meine, du? Joachim. Eigentlich ja genau das Gleiche. Ah, das klingt ja fast so, als wären wir deine Geschäfte. Ich tollpatsch, ich tollpatsch. Ich möchte ganz verlegen hier. Das macht nichts. Ist nur das Hört von Emre. Ach, da bin ich ja beruhigt. Sagen Sie mal, du, noch ein bisschen Wein multiplizieren. Sie ist Charmeur und später noch ein paar Sachen addieren. Also lasst schon das Ganze dann ?" Wirklich? �